Hallihallo Leute, ich zeig euch heute wie ihr das Tonic-Car bekommt und das Outfit. Es ist sehr schnell. Es ist wirklich sehr schnell. Ich find's gut gemacht von den Entwicklern. Dann willkommen wieder mit einer neuen Folge von mir, dem Reader. Also man muss dann hier hin, wo jetzt kein Pfeil ist. Geht mit dem Propellerhead. Oder auch genauso schnell wie mit dem Helicopter. Ja, ich nehm beides hin. Dann kommt ihr in so eine geheime Höhle und dann steht dann hier. Das kann auch rauskommen, wenn ihr den Job gemacht habt. Das ist wirklich nicht vorbei vom Schlüssel, dass ihr das Auto kriegt. Ja, und das ist irgendwas. Also, wenn ihr das Schleimoutfit kriegt, müsst ihr einfach mal in die grüne Suppe springen. Dann müsst ihr halt hier dann den Job annehmen, ja, ich hab, meine, ich geh mir so ein bisschen hoch auf, ähm, also hier müsst ihr dann wieder rein, da ist ja wieder, weil jetzt, der Geheimgang, ja, und jetzt seht ihr, dass nicht mehr das Alien da ist, ja, ähm, wenn der Job vorbei ist, dann kommt ihr das Alien von Grube raus, habt ihr dann in einem Video gesehen, dann ist hier so ein Schlüssel, dann müssen wir dann essen, ja, ähm, man könnte es halt nehmen, ähm, hier in der Leiske kann man es halt dann auswählen, finde ich cool, echt, ja, es ist sehr, sehr schnell, aber das kann man nicht bezweifeln, dass das langsam ist, finde ich, denn schneller ist das Rocketcar, ähm, irgendwie, bis ich, sehr schnell, ja, ich fang mir gut, ich sag, dann, Papa Leute, haut rein Leute, tschau, wieder in der Radar.